Im kommenden Jahr wollen wir mehr als 50 Ladepunkte in unseren Ahranger Objekten bereitstellen. Das Parken und Laden eines Elektrofahrzeuges ist da am sinnvollsten, wo das Fahrzeug auch länger steht. Ladepunkte müssen einfach zu finden sein, am besten da, wo man sie erwartet, flächendeckend. Wichtig ist die Digitalisierung der Prozesse sowie die Vernetzung. Vom Anstellen aller Ladepunkte bis zur Zahlung aller Vorgänge muss es für die Menschen einfach sein. Für Kommunen ist es nicht einfach, Flächen bereitzustellen, aber die vorhandenen Parkhäuser sind dafür prädestiniert. Wenn wir neue Mobilitätskonzepte für ein lebenswertes Umfeld haben wollen, müssen wir in die Infrastruktur investieren. Ich bin froh, dass ich meinen Stromer immer hier im Parkhaus laden kann. Hier in Aachen sollte es noch mehr Ladestationen für Elektroautos geben. Dann kommen vielleicht noch mehr Leute auf den Geschmack. Das senkt Lärm- und Abgasemissionen und kann ein Baustein in Richtung Mobilitätswende in Aachen sein. Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020